Willkommen zu Radio TV IBS Liberty und Liberty and Peace Now Human Rights Supporters. Mein Name ist Andreas Glam-Savarat. Ich bin tunesisch-französisch-deutscher Journalist, Rundfunkjournalist, Autor, Schriftsteller, Moderator, Verleger und Herausgeber von RPF Rundfunk und Programm Arbeitsgemeinschaft für Film, Funk und Fernsehen. Von Radio TV IBS Liberty, British News Flash Magazin, einem kleinen Reise- und Nachrichtenmagazin, das 1986 erscheint. Von MJB Mission News mit der ISSN Nummer 1999 84 14, einem internationalen Nachrichten- und Missionsmagazin. Von regionalhilfe.de und einer Vielzahl weiterer Medien- und Verlagserzeugnisse. Sie sehen eine kleine Bildungsreihe zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jetzt geht es in der Tat nicht um eine gewerkschaftliche Bestimmung, sondern um Artikel 24 der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Artikel 24 schützt Menschen, die arbeiten. Denn jeder, der arbeitet, was ich ja jetzt auch mache, weiß, wer arbeitet, braucht auch Erholung und Freizeit. Genau das wird in Artikel 24 geregelt, damit kein Mensch arbeiten muss bis zum Umfall. Artikel 24, jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Sie sehen, die Vereinten Nationen schützen auch die Menschen und insbesondere die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sonst würde es möglicherweise immer noch eine 70-Stunden-Woche geben, keinen Urlaub, keine medizinische Versorgung, keine Arztbesuche, keine Erholung, keine Freizeit, sondern tatsächlich dann mehr Betriebsunfälle, Werksunfälle und sogar den Tod in irgendwelchen Konzernen und Fabriken, die schamlos die Arbeiter und Angestellten ausnutzen würden. Damit das nicht möglich ist, weil eben damals die Gründungsväter oder auch die Schenker oder Geber vielmehr der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon weitergedacht haben und wussten, dass Gier dazu führen kann, dass andere Menschen andere Menschen ausbeuten. Genau das soll nach der Grundlage der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte nicht stattfinden. So gibt es Artikel 24 in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte finden Sie auch online bei www.libertyandpeacenow.org www.libertyandpeacenow.org Dort finden Sie auch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Ausdrucken online und natürlich auch zum Lesen. Artikel 24 Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung der Arbeitszeit und regelmäßigen bezahlten Urlaub. Eine gute Regelung. Ich denke, dazu können Sie beipflichten oder zustimmen. Vielen Dank für Ihr Interesse an dieser Sonderreihe, in einer Bildungsreihe zur allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Mein Name ist Andreas Glamsabort. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Bleiben Sie gesund und wenn Sie nicht gesund sind, dann werden Sie wieder gesund. Bis zum nächsten Mal. Bye. Liberty and Peace Now.